Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Marktbericht, DAX-Anleger vor der EZB-Zinssitzung zurückhaltend. Vorsicht am Börsenmarkt, DAX-Investoren äußern Zurückhaltung. Vorsicht am Börsenmarkt, DAX-Investoren äußern Zurückhaltung. Im Kontext des aktuellen Börsentrends sind die Akteure am DAX vorsichtig geworden. Eine Mischung aus Unsicherheit und Vorsicht hat den Investoren beigebracht, jeder neuen Entwicklung mit Skepsis zu begegnen. Die Unsicherheit zeigt sich deutlich im Marktgeschehen. Die Kurse bewegen sich eher seitwärts als aufwärts und das Handelsvolumen ist eher moderat. Es scheint, als ob die Anleger auf bessere Gelegenheiten warten, bevor sie sich stärker engagieren. Ein wichtiger Faktor, der zur aktuellen Marktstimmung beiträgt, sind die globalen geopolitischen Spannungen. Besonders die anhaltenden Handelsstreitigkeiten und politischen Unruhen weltweit üben Druck auf die Märkte aus. Aber auch Unsicherheiten über den Ausgang der Brexit-Verhandlungen und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten tragen zu einem Gefühl der Unsicherheit bei den Anlegern bei. Was den deutschen Aktienmarkt betrifft, so scheinen die Anleger hier besonders besorgt über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft zu sein. Die jüngsten Wirtschaftsdaten waren gemischt und viele befürchten, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. Darüber hinaus hat das anhaltende Ringen um die Zukunft der EU und die Sorge über den Ausgang der Brexit-Verhandlungen zu einem Gefühl der Unsicherheit geführt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Signale. Viele Unternehmen haben in den letzten Monaten starke Gewinne verzeichnet und es gibt Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft sich erholt. Zudem gibt es zuversichtliche Stimmen, die darauf hinweisen, dass die momentane Zurückhaltung nur vorübergehend und eine Reaktion auf die gegenwärtigen Unsicherheiten ist. Autorin Anita Farke, Donnerstag, 11. April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.